Hallo Leute, ja es geht weiter Und was ich sagen wollte, ich habe Breath of Fire 2 Also ich habe ja gesagt, dass ich auf Englisch spielen werde Aber nein, ich habe die SNES-Version gefunden, die gepatcht wurde Auf hier die deutsche Version Und ja, die werde ich dann auch noch Let's play Breath of Fire 2 Für die SNES, nicht für GBA Der ist sowieso auf Englisch Okay, okay, okay Jetzt kommen bestimmt Gegner Und ich habe irgendwie geahnt, dass diese Schlangenviecher kommen Und die sich gegenseitig wieder opfern werden Und so Und dann bleiben noch drei übrig Den greifen wir an Und den greifen noch einmal an Und den einfach auch nochmal Und der Opfer zählt gleich sowieso seinen Bruder Nein, der kriegt die Gelegenheit nicht dazu, dass sein Bruder so opfern Und BAMS Weg 24 Und 469 Irgendwie greifen diese Viecher nicht an Die sind so wie die Schlangen Die opfern nur ihre eigenen Brüder oder Frösche oder irgendwas anderes Aber diese... Ach, egal, komm Jetzt geht die eigentlich gut voran Aber reicht diese Stufe, oha Oh nee Kannst mich doch gleich verarschen Der andere kommt bestimmt von der Seite Ich wusste es doch Ähm... Angriff, Angriff, Angriff Ich greife mich einfach mit physischen Attacken an Das hilft bestimmt auch noch Und, bist du weg? Höre euch, höre euch Ja, was hörst du denn? Bitte nicht Armer Krono Okay, jetzt bist du weg, aber Du kannst nicht weiterleben Ja, dankeschön Harry King Okay, komm Komm, komm, komm 432 Flügelsto... Wir sind nicht hier, aber Pokémon oder so Mit Flügelstoß und so Okay, nicht mit Flügelstoß so ankommen Und Angriff, Angriff 50 LP Ist klar Ist klar Dieses Spiel ist ja so unfair gegenüber mich Ach, komm Angriff... Wie viel Leben willst du eigentlich noch von mir abziehen, du Wichser? Riesenteil Wie kann das eigentlich so fliegen mit seinen kleinen Flügeln? Und, und, und Erreicht nächste Stufe Und... Es kommen noch mehr Gegner Sollen wir wetten? Tonic voll So, wir haben davon sowieso gelügen Dann werde ich so gleich nochmal verschwenden Ähm... Okay, wir sind angekommen Oh, wird's mich verarschen? Oh, ich dachte, ich bin fertig mit dem... Mit diesem Level Oh nein, es kommt immer mehr Und mein MP ist... Fast weg Aber egal Eiler hat noch genügend Aber ich verstehe's nicht Wie groß ist das Level eigentlich? Ich hab schon verstanden, dass es ein Schloss ist Aber trotzdem Okay Der ist weg Jetzt kommt der andere Hat der den Countdown gemacht? Ich weiß es gar nicht Und Bäm! Bist du weg? Okay, er hat den Countdown jetzt auch gemacht Und du bist dann trotzdem tot Einmal Roboter Er dachte, er konnte sein Countdown zu Ende machen Aber nee Tut mir leid Tut mir leid Ich habe ausserlich auf den Aufnahme-Ausknopf gedrückt Der die Aufnahme beendet hat Äh... Wieso holt ihr eure Brüder? Oh, komm... Ekelige Bastarde Komm, stirb! Oh, ich hasse diese Viecher Diese goldenen... Goldenen Bastarde Ich hasse die so sehr Ja, nimm 50% meinen LP weg, Mann Die nimmt der Wixer Komm, stirb! Ja, höre euch, höre euch Du kannst nicht mal reden Du hältst die Fresse dann Komm Goon Hat eure Mama keine bessere Idee gehabt Als euch Goon zu nennen, oder was? Harry Kane Egal, das ist bald sowieso vorbei Das ist sowieso der vorletzte Dungeon Nein, der letzte Dungeon Dann kommt der Bossfighter Gegen den komischen Lavos Lavos will ja gegen uns kämpfen Wir werden ihn dann schnell besiegen Ähm... Bitte nicht, bitte Okay Was kommt denn jetzt? Was zum Teufel kommt denn jetzt? So nicht hier So nicht So nicht So hier nicht Okay, wir machen mal Intermedaillon Auf den hier Den hier Und die hier Und dann nochmal hier Und dann nochmal hier Weil ich hab keinen Bock Irgendwie stundenlang Bei diesen Wichsern zu kämpfen Ich mach einfach Falkenschlag bei denen Und dann ist geklärt Hier Komm, ich bin noch Ja, Robo Du kannst nicht weglaufen Toaster und Toaster 2 Ähm... Falkenschlag Schock Und seid ihr tot? Seid ihr tot? Seid ihr tot? Tot, 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 tot Nein, du machst nur einen Schaden bei mir Du machst noch einen Schaden bei mir Und ich bin tot Ja, Robo Zeig denen, was du kannst Und hier ist sie jetzt tot Man Wie viele Elixiere hab ich eigentlich? Elixier 20 Hier, komm Ach, die Musik ist toll Die Musik ist toll Und hier ist eine Tür Oh, okay Bildschirme Muss ich angreifen Ein Bildschirm hat mich angegriffen Okay, da ist eine Truhe Die links ist Die werde ich dann mir holen Ist es eigentlich nur ein Bildschirm? Das sieht man gar nicht Man sieht das gar nicht, dass sie demoliert sind Okay, da sind insgesamt vier Stück von denen Und jeder von denen macht unterschiedlich wenig Schaden Ja, ein anstrengender Tag heute gewesen Aber ich muss ja noch ein bisschen aufnehmen Ich hab eigentlich Warte, wie viele Tage hab ich insgesamt noch Zeit? Ich hab insgesamt so 20 Tage bis ich Bis zu meinen Geburtstagen Und danach Musst du ja die tausend Videos dann haben Und so Und so Dankeschön Okay, das erste Und so Ich hoffe, er greift jetzt nicht Okay, gut So, er kann Kono angreifen Aber nicht Robo Robo nicht angreifen Robo ist guter Mann Guter Roboter Gute Preise Ganz frisch aus der Quelle Achso Achso Und so Und so Und so Und so nochmal Okay Öffnen Hast Pille halten Objekte Hast Pille Hast Pille Ein auf dich Und ein auf ihn hier Safe State Zur Sicherheit Dann guck ich mal, was da ist Was auf uns da wartet Okay Ist es ein Toaster? Ist es ein Toaster? Terramutant Terramutant Ähm, okay 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 Physische Attacken funktionieren nicht Das weiß ich jetzt schon Hallo Lass mich angreifen Den Falkenschlag Chaoszone Sektorbombe Ach komm Hör auf mit den Schaden Der ist irgendwie schwächer Als der andere Ähm Nimmt LP Wird 1 Ich hasse den Okay Äh Ich habe irgendwie die unteren geheilt Ja Sorgt von Krono 1 LP weg Egal Sektorbombe Von oberen Du machst mal Venusfalle Auf ihn hier Man kann ja nicht wissen Was hier Was hier Schöpfe Hat bei sich Und Ja okay Der oberer kann jetzt Ein sterben Klau ihn Der Gedanke hat gezählt Ja Halt's Maul Sektorbombe Was zur Hölle Schmatze auf ihn hier Warte Er hat gerade 1000 LP dazubekommen Aber wen hat er abge Wen hat er Wen hat er Das dann abgezogen Sektorbombe Okay Krono ist tot Aber egal Man kann ja nicht Jedes Mal gewinnen Und Bist du weg Bist du weg Der obere Teil Schmatze auf dich selbst Dankeschön Okay Er klaut Seinen unteren Teil Die LP weg Uzi Punch Ähm Belebung Belebung Habe ich 8 Stück Nur Uzi Punch Hat 10 abgezogen Okay Ich hoffe er lebt noch Bevor er irgendwie Was machen kann Ähm Attacke Muskel wird Erleuchten Verdammt 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 Fick dich doch Ins Knie Verdammt Ich hasse ihn dafür Lapis für alle Dankeschön Leuchten Lapis auf alle Du machst Venusfalle Auf den unteren Teil Auf den unteren Teil Man wisst Man weiß ja nicht Was der untere Teil hat Wann ist der obere Teil Verdammt noch mal weg Safe State Okay da kann man nicht bestellen Okay Wann bringt er seinen unteren Teil Eigentlich um Leuchten Ähm Attacke auf den unteren Teil Leuchten Komm Irgendwie kommt es mir sofort Dass ich mich so dumm anstelle Bei den Bossen Abge 16 Achso Wenn ich dich jetzt mal angreifen Ziehst du Machst du das hier oder was Leuchten Lapis Okay Ist der unteren Teil jetzt weg Oder der obere Boah Das kriegt mich jetzt auf Äh Schmatzer Auf Ihn hier Du machst Leuchten wieder Du machst Lapis Auf alle Komm Das ist der dritte Von denen oder Den ich schon getötet habe Wie viel LP hat Hat der Buster Eigentlich Ähm Eta Medaillon auf dich Du machst dann auch Eta Nein Du machst Eta Medaillon auf dich Du machst das Schmatzer Auf Krono Warte Kann ich nicht Tornado Irgendwie so machen Kommt Tornado Dafür haben wir jetzt Zeit Krono Tornado Tornado Das regt Das regt Das regt mich jetzt voll auf Was ist ein Weißstein Weißstein Okay Was ist ein Weißstein Ähm Blaustein Aber was war ein Weißstein Ach egal Egal Wie man es ist Dann geht man dann hier durch Und sehen uns mal an Was hier dann ist Ähm Der letzte Bossfight Was Ne 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 Nicht so Nicht so Nicht so Erstmal Nein Nicht das Erstmal Benutzen wir eine Unterkunft Das ist schon das Wichtigste Hier Dann Machen wir Safe State Das ist schon auch gut Jetzt können wir dahin gehen Jetzt Weil Wie ihr gesehen habt Da kommt ein Lavos Baby Lavos Baby kommt dann Und will gegen uns kämpfen Aber wir wissen ja Was die Schwäche von Lavos Baby ist Lavos Baby Lavos Ja komm Das gleiche oder Lavos gleich Ja Kopf Du machst auch Kopf Auf wen Auf alle drei Okay Ist nicht so schlimm Okay Ich greife ganz Mit physischen Attacken an Und so Safe State So und so Dunkle Bombe Macht auch nicht so viel Schaden Und 1044 Das Lavos Baby hat doch nicht so viel LP gehabt Oder doch Ich weiß nicht mehr Ich musste damals mit Markus kämpfen Ach mein Markus hat so lange gedauert Deswegen Und so Und so Und Lavos gleich Nase Störung Schmatzer auf Robo Robo Schmatzer Und BAMS Und BAMS Bis weg Nein das lebt noch Okay Aber wir müssen erst den Kopf angreifen Weil ihr wisst ja Wenn man den Wenn man die Hülle angreift Dann kommt der irgendwie die Kontangriff von den komischen Lavos gleich Und so Und du machst dann Ach warte ich hab da eine Idee Dreier Kick auf den Kopf Vier und dann ist alles gekickt Dann ist alles geregelt Und komm Und so Und BAMS Ja ich hab gewonnen So schnell kann man So schnell kann man es auch machen So viel hab ich bekommen Oha Safe State nochmal Und Din 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 Was Okay muss ich wieder Bildschirme angreifen Oh Bildschirme Leckt mich Ach komm 34 40 Ich mach keine Magie bei denen Warte Mit Magie könnte ich die eigentlich schnell Ach ich mach einfach Ganz schnell Magie Mit einem Schlag sind die sowieso dann tot dann Das dauert dann sowieso dann zu lange Faltenschlag komm Ja Faltenschlag Ach komm Ach komm hör auf So Und was war das für eine Attacke Eine Erwärmlich weil die sehr wenig abgezogen hat Und Faltenschlag Und Ihr seid alle tot Din din 4.000 Erfahrungspunkte Oha 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 Noch ein Savepoint Dankeschön Kommt jetzt noch ein Gegner Ich habe darauf keinen Bock Aber egal Was Hä Okay da ist irgendwas Aber wieso sind wir da in diesen Kapseln drin Ich verstehe es jetzt nicht Muss ich das aber weiß ich nicht Okay und da kommt noch mal da mir genau 10 noch übrig Und Speicher noch mal 112 mal gespeichert Hier dachte ich habe schon mehr gespeichert Ich kann Ich kann da nicht runter Was bist du denn Okay die Königin Die ihre eigene Tochter verraten hat Seht meine süßen Schicksal in seiner brutalsten Form All die Träume die gewesen sein All die Träume die gewesen sein mögen All das Glück und all der Kummer den ihr erfahren habt Dahin Für euch gibt es kein Morgen Das düste Omen übersteigt Zeit und Raum und wartet auf Lavos Erwachen Das Schicksal führte euch hierher An eure letzte Ruhstätte Es sei denn Ihr besiegt mich und zerstört das Omen Kommt liebe Freunde Vielleicht ist Lavos dazu bereit Seine Träume mit euch zu teilen Sag ich träume ich Meinte seinen ewigen Albtraum Ähm König Eifer Falkschlag Willst du mich verarschen? Dann hätte ich sie gleich nicht heilen können Und Falkschlag jetzt Okay die ist schwach Schock Okay LP abgezogen Aber egal Weil Ihr wisst ja Wir machen jetzt so viel Schaden Ähm Bist du tot? Falkschlag Schock Du machst mal Ja auf 11 So hier Belebung Aber du machst mal Schock Ich lasse es einfach auf 1 bleiben Belebung Und Schock Ja mach auf 1 Ist dein Problem Ich komme jetzt mit richtigen Männerattacken an Leuchten Und sie macht den Wolkzahn oder irgendwas anderes Hallo leuchten Heiler greif an Sie lacht die ganze Zeit Ich poliere die ganze Zeit ihre Fresse und sie lacht die ganze Zeit Dreier Cake Du machst Ähm Den Schock Du machst Leuchten Und Komm Habe ich jetzt gewonnen? Habe ich jetzt gewonnen? Oder wie viel Schaden muss ich denn noch Ja ich habe gewonnen Safe State Wunderschön Mega Elixier erhalten Ach Meine Kräfte wirken hier scheinbar nicht Doch halt Ich werfe euch einfach in die Mammonmaschine Ihr werdet eins mit dem Omen Labos und mir Niemals Okay es wird wieder laut Ähm Mammonmaschine Okay Leuchten Lapis Äh Warte mal Ich habe doch irgendwann ein Mega Elixier Auf alle Aus Magie und Angriff Aus Magie wird Angriffskraft Okay das könnte ich ja benutzen Wir greifen mal so an Angriff benutzt Verteidigung Achso Ah verstehe Setz gespeicherte Energie frei Was hat die gespeicherte Energie hast du denn gemacht? Was habe ich denn Was hat die Attacken bei dir gemacht? Tornado Punktfackel Egal Tornado kommt jetzt Und das ist sowieso die stärkste Attacke Oder Omega Fackeln Oder die anderen Attacken die ich ja habe Und Oha Steht still Vielleicht nochmal Tornado Trio wir Hier komm Verändert alle Verändert alle Energie Was soll das jetzt heißen? Verändert alle Energie Tornado 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 Ich hoffe er stirbt jetzt Ich hoffe das jetzt mal Und Leuchten Ähm Ja Okay Gleich heile ich mit Robo mal Er hat ja den Heilstrahl zu Glück Leuchten Pur Und Ein Safe State Heilstrahl auf alle Gumm Ähm Warte mal Voltzahn auf ihn Sehen wir mal wie das ist Heilstrahl Okay das ist ja gut Sobald Krono fast gestorben wäre Jetzt Okay Voltzahn Gib ihn Bam 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 Bäm 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 Steht still Ähm Tornado Tornado Okay Wie lange liegt der eigentlich noch? Ich will eigentlich jetzt Dass er stirbt Das dauert etwas zu lange für mich Der Laos Boss wird sowieso lange dauern Ich muss mir da Zeit lassen Und gewonnen Und Bäm 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 Tod erwartet auf uns Mit Peter Griffin aus Family Guy Ähm Hallo Wer bist du denn? Du bist niemals Laos Okay die Königin Ich dachte die ist tot Ihr Blödmänner Ich werde mit Laos das Universum für immer regieren Ihr werdet das nicht verhindern Gebt euch in dem nächsten Leben solcher Trauer hin Hä? Was? Was? Ähm Darf ich auch mal speichern? König Eifer Ich denke mal Wir müssen einen Falkschlag machen Falkschlag Du machst mal Hyper Eta Nein oder Eta Medellion Auf ihn MP Sauger Ein und Oha Nimmt Nimmt Leben Kann ich eigentlich gegen den Gewinn? Ich weiß es gar nicht Gewitter Ähm Hallo Ich weiß gar nicht was ich jetzt machen soll Belebung Hier Du machst dann einen Schmatzer auf ihn Okay Mach mal Belebung So Gewitter Robo lebt noch Robo lebt noch Okay Aber darf ich jetzt mal angreifen oder so? Ich hab nicht mal die Möglichkeit irgendwie was zu machen Schock Lapis auf alle MP Sauger Okay ich muss jetzt jedes Mal den Kopf angreifen Nimmt Lebt Ich hasse dieses Oh Das regt mich jetzt so auf Rollo Kick Hallo darf ich mal irgendwas anvisieren oder so? Ich kann nur die Hände anvisieren okay Eta voll Eta voll Du machst Schmatzer auf Polo Und Robo ist tot Was? Achso 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 Ey Die sollen mir eine Pause lassen dazwischen Mann Belebung Du kommst dann mit Nein Du kommst mit Schmatzer dann an Halt und gibt einige LP Ähm Achso 24 Schaden Ich hab keinen Plan was ich da machen soll Echt nicht Echt nicht Okay wir machen einfach mal Nein du machst mal Heilstrahl auf alle Okay Heilstrahl Heil mal erst alle Lapis auf alle Lapis auf alle Wir müssen erst mal komplett werden mit den LP und dann sehen wir mal wie das ist Okay das war's Dunkle Dinge Ja dunkle Dinge gibt es immer auf der Welt Egal ich hab mich geheilt Tornado Safe State Okay Okay 34 Schaden Oder War das MP Schaden? Und MP Sauger Nimmt Leben okay Okay du Wichser Ähm Warte warte ich hab ja ne Idee Eta Medellion auf ihn Dann machst du Tornado gleich Gewitter auf wen? Okay dann machst du Ach kacke Dinosaurier auf alle Du machst dann Leuchten auf alle Was ist das für eine kacke? Okay Dinosaurier Boah ich hab echt keinen Plan was ich hier machen soll MP Sauger Nimmt Leben Nimmt Leben Ey willst du mich verarschen man Ey was ist das für ein behinderter Kampf? Man kann nicht mal den Kopf anvisieren und trotzdem wird man dann Ach Leck mich doch am Sack MP Sauger Und ich bin tot Soll er wetten? Ich hasse jetzt schon diesen Boss Fight Ja du bist tot Ja du bist tot Das wusste ich schon Halation LP wird 1 MP Sauger Tonic voll Ähm Gewitter Okay 120 kein Problem Hast du nicht irgendwie Leben oder so? Doch du hast Leben hier Aber keine LP Belebung Hier Aber das trägt mich jetzt so auf Auf wen ist Wasser? Ich bin tot Ich wusste es doch Man fick dich doch ins Knie Ja komm Hör auf Ähm Da stand irgendwas Egal wir sehen uns das nächste Mal Tschüss